Fifty languages Fifty-eight Achtundfünfzig Achtundfünfzig Parts of the body Körperteile Körperteile I am drawing a man. Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. First the head. Zuerst den Kopf. The man is wearing a hat. Der Mann trägt einen Hut. One cannot see the hair. Die Haare sieht man nicht. One cannot see the ears either. Die Ohren sieht man auch nicht. Die Ohren sieht man auch nicht. One cannot see his back either. Den Rücken sieht man auch nicht. Den Rücken sieht man auch nicht. Ich zeichne die Augen und den Mund. Ich zeichne die Augen und den Mund. The man is dancing and laughing. Der Mann tanzt und lacht. Der Mann tanzt und lacht. The man has a long nose. Der Mann hat eine lange Nase. Der Mann hat eine lange Nase. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. It is winter and it is cold. Es ist Winter und es ist kalt. Es ist Winter und es ist kalt. The arms are athletic. Die Arme sind kräftig. Die Arme sind kräftig. Die Beine sind auch kräftig. Die Beine sind auch kräftig. The man is made of snow. Der Mann ist aus Schnee. He is neither wearing pants nor a coat. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. But the man is not freezing. Aber der Mann friert nicht. Aber der Mann friert nicht. He is a snowman. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann. Untertitelung. BR 2018